Kufstein Unlimited ist wieder da! Kufstein Unlimited ist wieder so attraktiv, mindestens wie im letzten Jahr. Die Leute können sich freuen auf 50 tolle Bands und auf zwei Headliner, der eine am Freitag Luca Henni aus der Schweiz, der ist der Sieger 2012 und am Samstag Nena, die Bob Ikone aus Deutschland. Das Besondere an Kufstein Unlimited ist auch, dass das nicht nur auf Bands beschränkt ist, sondern wir bieten ein echtes Familienprogramm. Wir haben die Philosophie, wenn jemand von Bühne zu Bühne geht, dann muss er zwischendrin überrascht werden. Deshalb haben wir über 30 Straßenkünstler aus sechs Nationen eingeladen, zur Bereicherung des Festivals beizutragen. Mir gefällt am meisten, dass die Leute ein Lächeln im Gesicht haben, dass sie Kufstein Unlimited genießen, dass das Feeling rüberkommt. Was wir gerne haben, nämlich dass es ein multikulturelles internationales Festival ist. Und wie lange machen wir die einer? Und wie lange machen wir das? Und wie lange machen wir das? Please gehen mal und sagen. Ja, okay. Tschö. Bis zum nächsten Mal.